Hallo und herzlich Willkommen zu unserem neuen Video. Heute mal wieder vom Berg, allerdings in Skisnowboardausrüstung. Es hat schon mega Schnee und das am Mitte Dezember. Hoffentlich steht ihr schon in den Startlöchern. Wir machen euch ein bisschen lustig. Wird mega gut. Tiefschnee ist angesagt. Neues Outfit übrigens. Pig Lady. Einkehrschwung. Gernknüttel in der Suppenbittchen. Lebkuchen. Geil. Gegenabit. RTL Das war's für heute. Das war's für heute. So, wir müssen ein paar Meter rüber gehen. Und dann erwartet uns gleich eine richtig gute Abfahrt. Es ist ganz windig heute hier oben. Windig! Oh mein Gott! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mega, mega gut und ihr seid dabei! Jesus Maria! Woohoo! Woohoo! Wow! Woohoo! Wow! Ich schau mir das Ganze jetzt mal an. Die beiden Männer haben unterschiedliche Routenoptionen. Jetzt geschafft! Und ihr wisst ja, es heißt Death or Glory und deswegen mache ich das Ganze jetzt mit Filmbegleitung. Wer lacht, wenn es nicht klappt. Oh! 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 Anni, das Bett hier! Oh! 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 Er hat schon mal überlebt, jetzt bin ich dran. Ah! Na! Bei so etwas habe ich keine Angst. Wisst ihr, ich bin der Michael Steinbock. Bockig ist er, der Steinbock. bock und sportliches die sehen einfach so schön wc wooo woooo wooo 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 So, das soll es gewesen sein von uns. Wir haben das meiste diesmal mit dieser Kamera, das ist die Insta One X2, also Insta360 One X2, genau, ganz schön komplizierter Name, aber ein geiles Teil, filmt eben 360 Grad, kann man nachher dann auswählen, was genau man auf dem Video haben will, dementsprechend hat man immer alles und im Moment gibt es auch natürlich eine Weihnachtsaktion, deswegen schaut mal vorbei, Link packe ich euch in die Infobox. Das ist die Kamera, man kann damit nicht kämpfen, lasst uns einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat, bis bald, und Ali, was sagst du dazu? Super, alles gut. Machst du auch Daumen hoch? So muss es sein, bis zum nächsten Mal, tschüss. Winken. Super. Winken. Kommt nicht hoch. Winken.